Die erste Personenbefördernde Luftseilbahn der Schweiz, zweitälteste Passagierluftseilbahn der Welt. Kombination aus einem Lift und einer Pendelbahn. Bauart, zwei Seil-Pendelsystem, zwei Tragseile und zwei Zug. Fahrgeschwindigkeit 1,2 Meter pro Sekunde. Transportvermögen in einer Richtung 110 Personen pro Stunde. Mittlere Bahnneigung 116 Prozent. Betriebslänge 556 Meter. Gesamtgewicht 4,1 Tonnen. Betrieb 1908 bis 1914. Mit dem Wetterhornaufzug in den oberen Stock? Absurd. Schon wieder das Telefon? Da geht da niemand dran? Untertitelung des ZDF für funk, 2017